Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einer neuen Serie, der Technik-Serie. Worum es heute geht, was gemacht wird, erfahrt ihr gleich nach dem kurzen Intro. Bleibt dran! Ja Leute, eine neue Serie. Ich hatte schon relativ viele Anfragen von euch bekommen, in Bezug auf, was hast du für eine Technik verbaut, wie setzt du sie ein, wie ist sie eingestellt, wie reinige ich sie, etc. Hat mich im Endeffekt zu der Idee gebracht, wir machen jetzt mal eine Technik-Serie, wo wir explizit die einzelnen Dinge mal abarbeiten. Und ich zeige euch, wie ich die Technik, die verbaute Technik einsetze, wie ich sie eingestellt habe und wie halt mit der Technik zu verfahren ist. Jetzt ist es so, aus gegebenem Anlass ändere ich meine angedrohte Reihenfolge etwas um, also wir fangen nicht mit der Lampe an, sondern nachdem ich jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen bin und die Hitzewelle im Anmarsch war, wollte ich dann meinen Ventilator installieren und habe gemerkt, dass der T-Controller, den ich verbaut hatte von Aquamedic, der jetzt super 8 Jahre lang gelaufen hat, super gearbeitet hat, dass der ein Defekt in der Schaltung hat. Also nach 8 Jahren Superdienst musste ich mir jetzt was Neues organisieren. Den T-Controller, den setze ich ja zum Beispiel ein als Backup. Ich habe einen Hauptheizstab, das wisst ihr, diesen 300 Watt normalen Regelheizer von Jäger. Und als Backup, wenn dieser Glasheizstab defekt ist, habe ich dann noch zusätzlich den T-Controller, wo ein 150 Watt Titanheizer dranhängt und gleichzeitig steuere ich darüber meine bisherigen Ventilatoren. Ich blende euch gleich mal ein Bild vom Becken aktuell ein. Da werdet ihr sehen, dass ich jetzt zwei Ventilatorsysteme habe. Einmal den, den ich euch schon vor Monaten angekündigt habe. Ich werde auf dieses Gerät jetzt nicht weiter eingehen, weil aus dem Grund, ich könnte es jetzt euch erklären, bewerben, sagen, was im Endeffekt, wie es funktioniert. Fakt ist aber, dass dieses Gerät dieses Jahr erstmal nicht mehr verfügbar ist. Ich habe eins der letzten Geräte ergattern können vom Hersteller und habe es im Test und muss ganz ehrlich sagen, es ist top. Es bringt richtig Leistung, aber es ist momentan leider nicht verfügbar beim Hersteller, weil er hat da andere Sachen im Moment, wie er machen muss. Ist egal, es ist nicht da. Ab nächstes Jahr, im zweiten oder dritten Quartal circa, sollten die Geräte wieder verfügbar sein. Und dann werde ich euch auch nochmal genau was zu dem Teil sagen. Ist es aber nicht Sinn und Zweck dieses Videos. Wir kommen jetzt erstmal zum T-Controller. Den habe ich mir neu organisiert. Und zwar ist das hier der T-Controller der dritten Generation von Aquamedic. Ich blende euch jetzt hier nochmal kurz meinen alten Controller ein. Und wie gesagt, das Ding, das hat einen richtig geilen Job gemacht. Er hat das getan, was er sollte. Ist noch einer aus der ersten Generation. Das war die Problematik bei diesen Geräten, dass sie die Einstellungen nicht gespeichert haben. Bei der zweiten Generation ist das behoben worden. Also sprich, wenn ein Stromausfall war, hatte der die Einstellung gespeichert. Und jetzt hier bei der dritten Generation, gehen wir gleich näher drauf ein. Das Ding ist noch besser, weil es mit Touchscreen ist, mit richtiger Speicherfunktion und, und, und. Und was auch noch bei mir passiert ist, im Bereich Messtechnik, ist mir der... Jetzt muss ich gerade eben mal kurz schauen. Da ist er ja direkt schon. Ich hatte ja hier diese pH-Sonde, beziehungsweise dieses pH-Messgerät von TMC. ATC. Und das Ding hat mir eigentlich auch relativ gute Dienste geleistet. War halt bloß immer relativ schwierig einzustellen, beziehungsweise mitzuarbeiten. Und das mache ich auch leid. Einmal, das Gerät funktioniert leider nicht mehr. Okay, hat 15 Euro gekostet. Hat mir aber auch zweieinhalb Jahre gute Dienste geleistet. Aber ich wollte jetzt noch eine Stufe höher gehen und wollte zu einer permanenten Messung übergehen. Und da habe ich auch bei der Firma Aquamedic dementsprechend was gefunden und mir organisiert. Und zwar ist das hier dieser pH-Monitor. Das ist ein Messgerät, was dauerhaft installiert ist, was über gewisse Zeiträume natürlich neu kalibriert werden muss, damit es auch die richtigen Sachen anzeigt, also den richtigen pH-Wert. Und wie das jetzt hier alles gleich funktioniert, denke ich mal, mache ich einen kleinen Zeitraffer draus. Und ihr schaut mir mal zu, wie ich da unten im Schrank drin hänge. Und wir sehen uns dann gleich nach der Installation der Geräte wieder. Bis gleich! Bis gleich! So Leute, jetzt habe ich noch ein bisschen geschwitzt, weil es ist ja auch relativ warm heute. Das Gerät ist installiert. Ich nehme euch mal mit. Hier unten habe ich den Alternativ-Controller. Was ich an dem damals nicht so toll fand, musste man erst rausfinden, beziehungsweise stand wahrscheinlich in der Anleitung. Ich habe nicht drauf geguckt. Da oben stand 1 und 2. Verheizen und, na, wie heißt das? Kühlen. Ist jetzt bei dem anderen Controller umgedreht, beziehungsweise da ist ein Bildchen drauf. Ich gucke mal, ob ich das für euch einfangen kann. Ich muss euch mal eben hier aus der Halterung befreien. Einen Augenblick. So. Da oben in dem Wust ist die Steckdose verbaut. Wie man sieht, sieht man nichts. Ich gucke mal. Da ist so ein weißer Punkt. Und da ist einmal eine Sonne und einmal eine Kühlung eingebaut. So. Der eigentliche Controller selber sitzt hier. Und, wie gesagt, der hat sich ein bisschen verändert. Der erste hier hatte noch normale Tasten. Das da oben ist mit Touchscreen. Finde ich sehr viel schöner. Und wir haben eine richtige Safe-Funktion. Den Fühler habe ich hier im Einlauf vom Schacht eingebaut. Also sprich das Wasser, was von oben runterkommt. Hier sitzt auch meine Notheizung drin. Das ist, wie gesagt, nur die Notheizung. Normalerweise verbaut man das so, dass die Heizung, die eigentlich arbeiten soll, dann im hinteren Bereich, sprich da hinten, habe ich meine Heizung sitzen, hinter dem, ähm, genau, hinter dem Wirbelwettfilter. Da müsste normalerweise auch die Notheizung hin. Ich habe aber da hinten zu wenig Platz und das Kabel ist ein bisschen zu kurz. Also sitzt sie hier drin. Wenn dann also der Strom, beziehungsweise da hinten der Regelheizer ausfällt, geht hier diese Notheizung mit an. Ich habe es ja im Endeffekt, ich sage es mal, ein bisschen räumlich verbaut. Da hinten sitzt der Fühler, wo das Wasser direkt runterkommt. Und hier vorne, ganz in der Ecke sitzt der Notheizung. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, wir schmeißen das Ding mal an. Temp-Control. Und das ist meine aktuelle Temperatur hier. Wie gesagt, meine Ventilatoren leisten gute Arbeit. Dann machen wir mal die Schutzfolie ab, die will ich nicht mehr haben. Jetzt habe ich hier einmal die Möglichkeit, Celsius einzustellen, dann die Hitzedifferenz einzustellen. Der springt relativ schnell zurück, also man muss wissen, was man tut. Also nochmal, man kann jetzt Celsius oder Fahrenheit einstellen. Dann die Hitzedifferenz, also sprich, dieses Gerät geht... Na, kommst du? Zum Erklären ist es nichts, aber zum Einstellen. Hier kann man in 0,1er Schritten einstellen, wie die Differenz ist. Dann geht man zum nächsten. Dann hat man die Kühlungsdifferenz. Da will ich ein bisschen mehr haben. Da will ich bei knapp 1,5 Grad Differenz. Und dann gibt es noch einen Alarm. Die 5 Grad, die sind mir zu viel. Das ist dann... Wollen wir draufhalten? Dann ertönt ein Warnton. Also sprich, die eingestellte Differenz, wenn ich jetzt... Moment, erkläre ich euch gleich. Ich stelle die 3,5 ein, 28, genau. So, und ich habe jetzt schon wieder einen Fehler gemacht, weil ich es nämlich nicht gespeichert habe. Also, nochmal, Celsius, Einstellung. Ich möchte Heizdifferenz von 0,5 haben. Ich möchte eine Kühlungsdifferenz von... Nee, ich habe nicht aufgepasst. 0,5. So, Set. Cool Differenz. So, da gehen wir hoch auf 1,5. Set. Und runter hier auf 3,5. Für den Alarm. Halten funktioniert nicht. Doch, funktioniert wohl. Nach längerem. Genau. Und Safe. So, jetzt ist es gespeichert. Und... Ich habe in der Bedienungsanleitung gelesen, es ist jetzt eine Batterie verbaut. Diese Batterie ist wiederaufladbar. Und man sollte das Gerät 24 Stunden laufen lassen, damit die Batterie voll aufgeladen ist. Damit das dann auch nach einem Stromausfall wieder die entsprechenden Einstellungen speichert. Beziehungsweise wieder abruft. So, jetzt gehen wir mal kurz an den Tisch jetzt zurück. So Leute, zurück am Tisch. Ich habe mal das T-Shirt gewechselt. Ich habe mir nochmal kurz die Bedienungsanleitung zu Gemüte geführt. Und gehen wir jetzt mal die einzelnen Funktionen durch. Wir haben als erstes, haben wir eben gesehen, die Möglichkeit, das Gerät auf Fahrenheit und Celsius einzustellen. Danach kommt die Einstelltemperatur, wo das Gerät anfangen soll, zu heizen. Das wäre dann, in meinem Fall habe ich ja 0,5 Grad eingestellt. Das wäre dann bei 24,5 Grad. Und dann heizt es bis 25 Grad und stellt sich dann aus. Und dann haben wir die Kühltemperatur, habe ich eingestellt. Die liegt dann bei 26,5 Grad. Ab der Temperatur schaltet er die Ventilatoren ein. Und zu guter Letzt hatten wir noch die Alarmtemperatur. Das ist die eingestellte Temperatur plus den Wert, den wir da einstellen. Das heißt also, bei 28,5 Grad würde dann ein akustischer Alarm losgehen und erstmal Randale machen. Gut, dann haben wir noch die Möglichkeit, über verschiedene Tastenkombinationen einmal das Gerät auf Werksanstellungen zurückzusetzen. Und das Display ein- und ausschalten zu lassen. Also es ist natürlich ratsam, dass das Display, das kann man natürlich anlassen. Geht aber im Endeffekt ist es so, dass das dann auch die Lebenszeit des Displays verringert. Das ist nun mal LED oder glaube ich LCD. Relativ egal. Also man kann es einstellen, ob es anbleiben soll oder ob es nach einer gewissen Zeit ausgeht. Ich muss gerade eben mal gucken. Ja, ich habe meins jetzt so eingestellt, dass es nach einer kurzen Zeit ausgeht. Und wenn man dann auf eine Pfeiltaste drückt, dann leuchtet das Display wieder auf. Ist in meinen Augen besser. Ja, alles in allem, gefällt mir das so, wie es gemacht ist, ganz gut. Aquamedic hat definitiv an dem Gerät gearbeitet. Also im Vergleich zu dem, was ich jetzt vorher hatte. Erste Generation, zweite Generation kann ich nichts zu sagen. Es sind gute Funktionen mit drin. Und ich zeige euch jetzt gleich nochmal kurz, ob das Ganze auch mit der entsprechenden Temperatur übereinstimmt. Dazu habe ich ein handelsübliches Fleischthermometer. Die sind in der Regel sehr genau, weil sie ja aus der Lebensmittelindustrie kommen. Und mein letztes Gerät habe ich auch damit überprüft und gegengecheckt. Auch mit anderen digitalen Geräten. Und die haben alle die gleiche Temperatur angezeigt. Gehen wir mal kurz da hin, einen kurzen Schnitt und dann wieder zurück hier zum Tisch. So, ich habe jetzt hier mal mein handelsübliches Thermometer. Also ganz normales Fleischthermometer. Aber ich habe eben geguckt, mein anderes Gerät da zeigt 26,1 an. Er wird unten 25,9 angezeigt. Und normalerweise messe ich die Beckentemperatur oben. Jetzt gehe ich erstmal hier oben hin und schaue. So, da haben wir es. 26 Grad. So, gehen wir nochmal kurz hier unten. 25,9 zu 25,9. Gut. Heißt also, ich muss da oben das Gerät einen Korrekturwert einstellen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das kann man an dem Gerät. Aber unten, sprich das neue Gerät von der neuen T-Controller, ist exakt da, wo ich ihn haben will. Wieder zurück zum Tisch. So, ihr habt gesehen, dass wenn ich an verschiedenen Stellen messe, kriege ich natürlich auch unterschiedliche Temperaturen. Das heißt, mein Becken ist oben wärmer wie unten im Technikbecken. Wenn es auch nur tatsächlich, zumindest laut dem Gerät, 0,1 Grad sind. Fakt ist, unten da, wo ich den T-Controller installiert habe, wo er die Temperatur abgreift, da hat er exakt den gleichen Wert zu dem anderen Gerät. Das werden wahrscheinlich nur 0,1 oder 0,2 sein. Es kann sein, dass es in der Bereich dann etwas wärmer ist, aber da mache ich mir jetzt nichts draus. Also nicht beim Kühlen. Da sind die entsprechenden, ich sage es mal, Einstellungen uninteressant für mich. Ich weiß noch nicht, ob ich es eben angesprochen habe. Das Gerät hat eine Zeitverzögerung zwischen den Schaltungen. Und zwar zwischen Anspringen und, also es erreicht die Temperatur und wartet dann drei Minuten bei dieser Temperatur. Also ich sage jetzt mal, das Becken fällt unter 24,5 Grad. Dann wartet es drei Minuten lang, bis die entsprechende Schaltung aktiviert wird. Somit ist gewährleistet, dass die Geräte sich nicht, also das Heizen und Kühlen sich nicht gegensätzlich in die Quere kommt. Je nachdem, was für Geräte man einsetzt. Gut, ich würde sagen, ich habe wieder genug gequatscht für heute und wir haben noch nicht den pH-Monitor installiert. Da machen wir einen zweiten Teil draus. Und der kommt morgen auch raus. Nicht auch raus, der kommt morgen raus. Und da geht es dann weiter mit der Installation des pH-Meters. Also sprich mit dem pH-Monitor. Gut. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, abonniert ihn bitte. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen zur gleichen Zeit am gleichen Ort. In diesem Sinne, bis morgen. Euer Weiber. Ciao. Bis zum nächsten Mal.